hey leute heute war noch ein replay von tim in seinem wunderbaren tc und zwar auf karelien schaut ihn euch an diese wunderbare egal gamescom bemalung habe ich übrigens auch das sieht geil aus ich finde ich schöner wie die fußballtarnung aber es ist mein persönlicher geschmack aber lassen wir das schauen wir mal mit dem er fährt mit dem dommer genau und ein partner klan kdz nobody was haben wir denn eine artik alles machbar ich habe gehört das war eine gute runde gewesen sein ach übrigens sind wir jetzt auf ihm check mal seinen twitch kanal ab sträuchi killer heißt der dort wie im game hier der name sind wir coole streams schaut euch an sträuchi killer sträuchi killer so heißt der twitch kanal gut der fährt klassisch die helle wie ecke schauen wir mal was er geschissen bekommen hat unser pop das kann der snapshot show mein freund nein nein der t10 richtig geile gun sehr baunzigen turm und dem macht das richtig schön spaß leider habe ich ihn nicht aber ich grinde erstmal die 430 u reihe dommer hat sich erst mal oben in seinem skoda entschieden mit den mediums ein bisschen spaß zu haben der lp ist nicht der hellste obwohl es hat aufgemacht worden da kann auch noch so sehr hin und her weckeln dem team ihn ja spät hat aus die maus jawohl sehr gut läuft ja ganz gut oder konk ist auch da oben da hat er natürlich recht gute karten hier auf der heavy ecke hau rein ich liebe nescafé wisst ihr das eigentlich alles sage ich jedes mal da saß auch wo ist denn ach ja da spielt ja ein td gell das kann man jetzt so schüchtern ist wahrscheinlich hat er ein bisschen respekt vor wem eigentlich es gibt keinen grund na gut sein team zickt sich ein bisschen ein hat schon recht auch mit so einem heavy nicht vorfahren du bist ganz schnell geschichte warte immer auf dein team und mal ein bisschen der mitsch machte fein ich glaube was hat die für ein durchschlag ja auf der standard 260 ist natürlich geil gegen achter leute leute das ist natürlich richtig scharf 340 okay aber nicht viel mummeln dabei also muss ein bisschen haushalten das ist ja abartig muss kann ich dass er so das standard 260 so was mit 240 läuft okay ich bin abgeschweift ja ja immer da oben naja das ist schwierig okay das war das der hohe ist nicht der aller hellste da hinten es freut uns natürlich ah da ist der tc natürlich in seinem element ne kann so ein bisschen seine unterwanne verstecken die die high tiers vom gegner sind oben auf der auf der made line ach das ist natürlich geil von so einem match träumt man muss ich ein bisschen vor den hae schellen in acht nehmen oh 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 nein jetzt cupola wunderbar der ging voll durch ihre panzerung ah ist ein farmfest das ist alles cupola fein der ging voll durch ihre panzerung armer vk wenn ich mit so nem pimmel da oben rum fahren müsste puuuh ist doch recht deprimierend oder holly shit die armen jetzt tun sie mir leid heroes haben wir auch rausgenommen ach ja eh mal so ein spiele und der konk der hängt da oben halt seht das da hängt er immer noch völlig out of game rum anstatt dass er die heavy ecke fährt und jetzt wird der kong vom wz von hinten genommen oh 50dp kannst du eigentlich fast überall durchholzen und das ist so naja es grenzt an leichter debilität mit nem heavy da hoch zu fahren wie sagt man denn debilität ne oder senilität jungs schreibt es in die kommentare ich hab zu wenig kaffee getrunken bis jetzt wir haben jetzt 6000 damage auf der uhr das müsste ne huiuiuiuiui das müsste gut credits geben und er jetzt hat er auf gold umgeschalten er hat also nur die standard geschossen bis jetzt er hat halt ein bisschen wenig dabei der t10 aber wie ihr seht das reicht ne oh man ey der konk war sonnenleuchte oh anbremse dankeschön ja da sind wir lieber nicht gezogen der unserer kleine amx und der konk steht da oben und ist bereit abgefarmt zu werden was ne leuchte puh ich glaub die anderen ja dommer lebt auch noch what ach das wickelwackel das macht mich ganz mensch tim du wackelst immer so oh jeder spielt so wie er denkt 6300 kriegen wir noch ein stück ab vom kuchen das sind diese idioten jetzt hängen sie da oben fest ne also merkt euch wenn es irgendwie geht grad mit dem konk der ist saulangsam er hat zwar einen guten turm fahrt in die heavy ecke also ich hab selber die erfahrung mit dem konk gemacht da oben bist du einfach deplatziert das ist meine persönliche meinung absolut out of game da oben gegen die metas ist meistens eh nicht so eine gute chance hmmm nehmen wir ein stück der durchschlag ist natürlich sensationell leute ne von dem t10 er wird echt immer interessanter finde ich wir haben hier jetzt fast 7000 sehr gut also vom damage her klasse runde wir haben sie nicht mal angekratzt die haben uns eine kette abgeschossen wir stecken fest okay good game 6 kills 7000 eben über 7000 und ein ganz hoch intelligenten konk im gegner team gut das soll es gewesen sein bis die toge freunde ach ja eben ihr könnt gerne abonnieren und checkt mal tim seinen twitch kanal sträuchikiller heißt er dort bis dann ciao her bis dann uns bis dann bis dann bis dann Vielen Dank.